Ah, das macht Spaß! Ich bin am 25. Januar in der Linse. Für alle könnt ihr unterschreiben, wenn ihr Ticket möchtet, vorgestellt. Wir würden uns unglaublich freuen, euch wiederzusehen. Ich weiß, dass ich was gemacht habe. ZD, ZD, kaufen! War noch Deppel in dem Store? Okay, wenn ihr wollt. Ach so, wir haben noch was zu verschenken. Ach so, cool. Also wir machen es so, wer jetzt beim letzten Lied am meisten hat mich gewirkt, fünf ZDs. Ganz einfach, eine pro Person. Oder die Linie hat keine Indies. Das stimmt schon mal, der ist die Kinder. Ingo! Das war Ingo. Nein! Das war die grüne Haare. Letzter verweiter mit... Around... The... Wow! ... ... ... ... Das war's für heute. 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 Okay, wer hat das für heute? Anna!